herzlich willkommen bei der folge hier in der weiteren folge zu die heute blutmond das heißt wir werden ein bisschen kämpfen so wenn man gleich mal den kamera hochstellen dass vielleicht besser sehen können das nicht so schlecht so ein bisschen höher nicht ganz hoch aber ein bisschen so ein bisschen laufen herr mir war da so rüsenköder geboren der der Du Sau! Koze! Das ist doch gar nicht! Habe ich ja nicht Reparierfeuer? Das hat mir auch mean? Du gehst von den Teigen. Ich glaube, wir wollen rein ins Haus. Zum Glück bin ich oben einigermaßen sicher. Das war der Kotze. Noch eine Köder. Ich habe den Weg reingefunden, glaube ich. Schauen wir mal. Treppenaufgang. Hier habe ich den nächsten Übergriff erwartet. Hier füllt der Graben eine gute Funktion. Muss ich halt überall bauen. Ja, das ist in Trinne jetzt. Wenn ich die Tür auflassen soll, wäre es besser gewesen. Dann machen sie weniger Schaden. Hier könnte es zum Glück nicht hoch. Oder ein Tür reinholen. Den Zweier. Ja, wir haben irgendwie einen Gang gefunden im Keller. Sagen wir mal so. Und jetzt sind sie im Haus drin. Und klappen sie durch die nächste Tür. Prost. Wie viel XP, sagen wir mal so. Wenn man nicht greift. Das ist die erste Ende. Das ist die erste Ende. Das ist die erste Ende. Rohrschweine. Mit allem. Aber hier muss noch Ecken. aber kein sack liegen das macht uns gut aber die hüte hält das ist so wichtig ob da der ton passt ja doch mal gut ich glaube ich bin zu low hoff mal beste da ist der kotzer der und der in so einem radioaktiven scheiß dann heißt der schuld reparieren und alles herrichten dann für den nächsten angriff besser fehler habt ihr auch schon 750 waren sind 1 10 ist gut im keller dann gehen sie noch kräftig wie sehe ich kein mehr das ist gut und da geht trotzdem nicht nicht vor so was er so Was ist das hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also nicht viel, aber ich habe es noch gehabt. Du hast noch gefehlt. Hier sind zwei Säckel. Muni, Frau Muni. Das war gut. Aber leider ist es so, dass wir davon zu wenig haben. So, jetzt wieder. Ach, Geld. Ich mache mal leer. Das ist auch notwendig. Und dann müssen wir schauen. Die da haben. Ich war anfangen auch nicht mehr. Okay. Okay. Also Muni brauchen wir in erster Linie. Bronze. Bronze. Ich würde mal leer machen. Das muss repariert werden. Sobald hier möglich. Kram. Man muss auch ein bisschen gemacht werden. Die brauchen eine dritte Reihe zu. Das hat man gesehen. Die Musik kann man sich hören. Ja, ne. Mein Grund ist gewollt, dass sie hier kommen. Das ist eigentlich gewollt. Weil ich hier, der Kram hält die eigentlich komplett auf. Mehr oder weniger. Und das ist gut. Dann kann man die im schönen Visier nehmen. Aber Geier waren nicht mal extrem. Und hier müssen wir schön zumachen. Der Nächste. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommt die Allee her? Ja. Wer tut das denn? Wo? 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 na gut wie wenn man kurz kurz schauen ist ja ich habe wieder ab ich gehe nach oben hier haben sie kaputt geklappt ja ich brauche messen das also auch also als andere haben wir eigentlich als gute kohle und schießpulver mein gut lever lever auf wie hast du die rücke gefunden auch kühne zugemacht und 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 Das war's für heute. Ja, so ein Fernrohr ist ja auch nicht schlecht. So ein Zielfernrohr. So, erster Eindruck, alles weg. Gut, das war jetzt nicht gut. Wir haben es überlebt. Wir werden gleich losdüsten und kurz reparieren. Tschüss. Tschüss.